Ja, den Riff an sind wir wieder hier in Santa Cruz am Strand und Dino, äh, coole Musik, das ist ja cool, wenn man hier mit der coole Musik kann. Im Sangsturm, muss man sagen, kann Musik machen. Ja, Aspekt, aber mit der Frisur habe ich ein bisschen Probleme. Das ist gut, das ist lustig. Also, Frisur mässig leidest du, glaube ich, am meisten mit deinem Rückenwind, den du da hast, oder? Ja, das ist noch die eine Frisur, aber zwischendurch fliege ich mit der Geige fast über den Strand. Aber es ist wirklich ein Erlebnis, muss ich sagen. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr die Bassgeiger gesehen fliegen, irgendwie da über die Prärie, das wäre es dann gewesen, oder? Das wäre es dann gewesen, oder? Nein, es ist wirklich noch speziell, hier Musik zu machen. Wenn wir euch engagieren, die ihr in der Homepage. Ja, einfach coole Musik. Färdeutsch geschrieben einfach, coole Musik. Gut, also, alle Informationen von Ihnen können Sie direkt anschauen. Vielleicht haben Sie Sangsturmbilder dabei, nach der Kreuzfahrt, oder? Aber hören Sie sicher etwas Spezielles. Wir werden jetzt noch den Titel von dir hören, Dino. Das ist Spin de Fritz, heisst der Titel, ist ein Schottisch und ist gewidmet unserem lieben Freund von uns. Den kennen Sie sicher alle. Gut, viel Vergnügen mit coole Musik. Das ist Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018